Und hier haben wir schon die ersten wilden Tiere natürlich schwer bewaffnet, mit sehr spitzen Hörnern. Titaniumlikierung nehme ich an. Wahrscheinlich auch vergiftet. Also wir schleichen uns da jetzt ganz vorsichtig vorbei. Also echt kritisch hier, nicht atmen. Naja, mit Glöckchen und Hals sogar. Ich weiß gar nicht, sind das Steinböcke? Ziegen sind das, oder? Bergziegen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub Bergziegen. Da vorn kommt übrigens schon die erste drastische Steigung. Das ist schon schön, wie ich das schaue. Keine Ahnung. Hugo, Bertha und Emilia. Oder sollte ich sagen Alex, Sven und Heiko. Heiko schon wieder am Fressen.